Ja Leute, willkommen zurück zu einer neuen Runde Plants vs. Zombies und heute mal nur eine ganz normale Runde, kein neuer Charakter, den wir vorstellen, denn ich will einfach mal wieder gewinnen, einfach mal wieder gewinnen und so richtig schön abräumen. Und deswegen spielen wir heute den Elektriker, eine Klasse vom Ingenieur und zwar voll aufgerüstet, ich mag den Elektriker, ist mein Lieblingsingenieur, macht extrem viel Damage, hat eine sehr gute Reichweite, der Stromschaden hat einen sehr guten Flächenschaden, also wirklich die beste Variante finde ich. Es gibt keine bessere, damit tut man wirklich einfach jeden wegrillen, immer schön hier auf die Masse feuern, oh, sehr gut, Teleporter down, meine Punkte, da hat die Erbse hier mal was Gutes getan, so, und wir bauen hier noch die Bots auf, einen hier drüben und den nächsten da hinten, so ein bisschen Verteidigung, gibt jede Menge Punkte und ist immer eine gute Idee. Alles klar, meine Strategie, wir gehen irgendwo hin, wo wir einen sehr guten Blick haben, wie hier drüben und dann feuern wir hier einfach in den Garten hinein und irgendwas holen wir schon weg oder wir werden weggeholt, wo stand denn der? Ah, da hinten Snake, 2, 3, 6, 4, eiskalter Profi, der will zum Teleport, das ist so jemand, der hat sich nur darauf spezialisiert, den Teleport wegzuholen. So, Leute, kenne ich, extrem unangenehm. Jep, hier drüben ist er ja schon wieder, Snake. Jetzt holt ihn doch weg, wo ist er hin? Jep, der will zum Teleport, der will zum Teleport. Wir haben noch 3 Minuten, 0% beim Garten, ist gar nicht gut. Da drüben kommt schon wieder ein neuer Maisanschlag. Die Pflanzen machen ja eine Allianz, die mir gar nicht gefällt. Und Snake irgendwo da hinten. Egal, jetzt räumen wir auf. Unterstützung aus der Ferne. Feuern hier so ein bisschen in den Garten hinein. So kann man auch sehr gut die Minen entsorgen. Also man sieht es, der Elektriker ist eine ziemlich fiese Nummer. Wenn man erobern will. Einfach hier reinfeuern. Einfach reinballern. Und weiter geht's. Mit dem Presslufthammer düsen wir los. Noch einen Kill geholt. Wow, was ist hier los? Minen. Eiserbse. Und eine Gifterbse. Ah, die Bohne, da komm ich nicht weg. Gerade so überlebt. Noch eine Vorlage geholt. Und eine Wiederbelebung. Ich mach hier noch die Wiederbelebung. Alles für mein Team. Und jetzt bitte eine Heilung. Bitte eine Heilung, Kumpel. Dankeschön. Sogar eine große Heilung. Na, während wir hier rumstehen, holen wir mal die Nüsse weg. Alles klar, sehr gut. Ich bin wieder frisch. Und wir schwingen uns auf den Presslufthammer und düsen wieder los. Da fliegt eine Bohne. Na, wir gehen hier durch. Auch ein sehr cooler Weg. Alles klar, umgehen wir sie. Die stehen doch alle wieder hier drüben. Okay, der Teleport steht. Die Verteidigung. Erstmal schauen, was hier noch rumlungert. Nur Nüsschen. Ah, hier drüben kommt schon wieder die nächste Bohne. Kommt schon, Männer. Haut sie weg. Gut durch. Yes. Noch weggeholt. Auch wenn es eine enge Nummer war. Okay. Wir ziehen uns zurück. Holen uns hier einen Zombie. Zeitungs-Zombie. ZZ-Zombie. Und dann gehen wir hier mal in den Drohnen-Modus. Alles klar. Hier hin. Hier ist eine gute Stelle. Ah, Moment. Hier fliegt ja eine Knolle rum. So. Aus dem Weg geräumt. Da oben sehe ich eine MG-Erbse. Komm schon, komm schon, komm schon. Rennt da denn niemand rein? Die ist doch beinahe tot da hinten. Na also, geht doch. So will ich das sehen. Eroberung auf ganzer Linie. Wir sollten schauen, dass wir nach vorne kommen. Wir stehen noch ganz da hinten. Noch einen Anschlag. Noch einen Anschlag will ich machen. Alles klar. Hier einmal schön in die Masse hinein. Ein bisschen Support von oben. Ist da eben gerade die Bombe von mir an meiner Drohne hängen geblieben. Auch wieder eine coole Sache. Gut. Düsen wir los. Ich denke mal, der Teleport wird stehen, bis wir hier sind. Wir haben ja einige Ingenieure dabei. Vielleicht kann ich hier noch ein bisschen Heilung mitnehmen. Noch haben wir keinen Teleport. Die Pflanzen halten da hinten, wo die Stellung ersteht. Er steht. Sehr gut. Sehr gut, Jungs. So will ich das sehen. Sehr schönes Gameplay hier. Sauber gespielt von den Zombies. Zombies mit Verstand. Ein Wunder. Da hinten war einer im MG-Modus. Aber wir haben ihn direkt weggeholt. Die Zombies sind klug. Wohl doch keine Hirnlosen. Noch ein Kill gemacht. Vierer Serie. Geil. Vierer Serie. Einfach mal so. Nice. Na Kollege, was ist da oben los? Was ist da oben los? Egal, wir feuern jetzt hier wieder in den Garten rein. Erstmal schauen, dass wir hier Minen und Co. wegholen. Das ist so eine Säuberung. Die große Säuberung. Da hinten ist ein Pilz und ein Kaktea. Na, den Pilz machen wir. So. MG-Erbse noch da drüben. Auch kein Thema. Immer schön hier in die Massen feuern. Achtung, Achtung, Achtung. Eine Bohne. Oh, Leute. Oh, Leute. Wow, 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 wow. Heilung, Heilung. Sehr gut. Sehr schön. Wir stehen hier oben. Geben Deckung von oben. Da habe ich eben gerade das Schild weggeholt. War ein Versehen. Aber ihr wisst ja, wenn hier gerade wirklich alles wieder hoch geht. Oh, nein, 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 nein. Nein. Was war das denn? Ah, hier oben wieder Snake. Der ist aber auch wirklich so eine Schlange. Der Snake ist aber auch wirklich so eine Schlange. Egal. Düsen wir los. Na komm, friss mich. Friss mich, friss mich. Na los. Du Idiot. Du Anfänger. Bam. Das war ein Fehler, Kumpel. Ein extremer Fehler. Alles klar, rüber zum Teleport. Ich brauche hier Deckung. Ich brauche hier mein Team. Ist da hinten irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Aber der Wissenschaftler hier, der denkt mit. Der gibt mir hier die Rückendeckung, die ich brauche. Alles klar, der steht. Der steht. Und kein Snake in der Nähe. Und hier ist wieder so eine richtig miese Stelle. Ihr werdet es gleich sehen. Denn hier kann man wieder wunderbar hier runterfeuern in Richtung Garten. Ja, hier. Sehr schön. Zack. Einfach rein. Einfach rein. Da kennt er nix, der Elektriker. Der holt da alle weg. Da hinten ist noch einer im MG-Modus. Kein Problem. Da wird reingeballert bis zum Gehtnichtmehr. Der ist schon ein bisschen unfair. Die perfekte Rückendeckung dreier Serie aus der Ferne. Wer braucht schon einen Sniper, wenn man hier den Elektriker hat? Alles klar, der hier geht unter die Erde. Ähm, wenn ich schon mal hier bin. Ich mach mir hier ein bisschen Rückendeckung. Stufe 2. Die hauen schon ziemlich gut rein. Aber wir nehmen hier schon wieder ein. Das geht ja so schnell hier. Die Zombies, die rutschen hier durch. Ohne Probleme. Na komm, springen wir runter. Sind wir hier mal mit am Start. Na Mist. Der hätte mich fressen sollen. Yes. Vierer Serie und ich bin noch am Leben. Oh, oh, oh. Wer rennt denn hier noch rum? Yo. Fünfer Serie. Tja, aus der Zukunft aber nix gelernt. So ist jetzt aus. Elektroboy. Elektroboy. Unbesiegbar gut. Na, ich liebe die Klasse. Einfach nur geil. Okay. Jetzt hier die Flak. Die Flak wird nervig. Können wir die eigentlich von hier treffen? Also, ich weiß, dass es mit dem All-Star geht. Aber der Ingenieur, ich denke, der hat nicht so eine Reichweite. Mit dem Arsch voraus. Da fangen wir alles ab. Und es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Die Landung. Butter weich. So will ich das sehen. Und wir holen hier so ein... Zombie. Bisschen Heilung. Sehr gut. Der Wissenschaftler, mein Freund. Mein Freund und Sanitäter. Na, wo bin ich denn? Ganz oben. Ganz oben mit dabei. Ist ja der Wahnsinn. Habe ich gar nicht mit gerechnet, dass wir so gut unterwegs sind. Erstmal hier diverse Minen und Nüsse zerstören. Oh, 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 oh. Benommen. Benommen und gekillt. Siebener Serie. Es werden acht. Und da gehen wir down. Wo kam denn der her? Hatte ich den eben nicht gerade gekillt? War da eine Wiederbelebung? Aber egal. Wir machen die Blume hier gerade so fertig. Endlich mal wieder ein Sieg. Boah, was für ein Flug. Was für ein Flug. Leute, da bin ich. Der Ingenieur ist hier. Na, die Bohne. Nicht heute. Nicht heute. Okay, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Sehr geile Runde. Oh, die Blume stirbt. Oh, die Blume stirbt. Okay. 13 Kills. Kann sich sehen lassen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Gebt dem Video, wenn ihr wollt, eine Bewertung. Wie immer danke fürs Zusehen. Und tschüss.